Servus YouTube! Heute mit etwas ganz Besonderem. Ihr könnt jetzt schon mal erraten, was das hier sein könnte. Wie die meisten wissen jetzt wahrscheinlich schon, nach dem was ich häufig hier mache. Aber, oh Gott! Das kann ja gar nicht Daisy sein! Wieso sieht das so geil aus? Das ist doch unmöglich! Wieso ist dem sein Charakter so lahm? Das muss doch die Stand-Alone-Version sein! Ne tut mir leid, muss euch enttäuschen, Stand-Alone gibt's noch nicht. Das ist die Arma 3 Daisy-Version. Oder wie ihr seht, dort heißt es Zumbie-Smart. Und ja, das ist jetzt meine Anfänge in dem ganzen Spiel. Ich mache jetzt seit 10 Minuten ungefähr. Und ja, also, schon richtig begeistert. So, jetzt kannst du wieder reden auch. Hallo! Er spielt zwar nicht mit. Bis jetzt hat es noch kein anderer von unseren Aufnehmeleuten. Nur ich, aber er ist halt so nebenher im TS drin. Und zockt die Daisy. Normal-Version eben. Bin gerade auf dem Weg nach Cerno oder Elektro, wie ihr gerade seht. Ich komme ja in dieser Scar... Wie heißt die? Scarlisti Island oder so? Ich habe gar keine Map. Schade, schade. Kannst du ja mal nachgucken. Gibt's bei Dings, ähm, ähm, Arma 3 auch diese Horror-Mucke? Ja, das ist genau dieselbe Musik. Ich kann euch mal das Inventarsystem zeigen. Das ist ganz lustig. Man hat hier eine Schutzweste, wo man Sachen rein tun kann. Ach geil, hier habe ich erstmal einen Bug. Habe ich zwei Headshots? Ja, ich habe zwei Headshots. Geil. Aaron? Ja? Meine Axt dupliziert sich. Ne, irgendwie doch nicht. Ja, also ich habe irgendwas, das hat ein Bild von Shotgun-Munition und heißt Axt. Oder Headshot, halt auf Englisch. Wenn ich es raus tue, dann vermehrfacht sich das. Komisch. Naja. Es ist halt nicht von Dean Hall entwickelt, sondern von so privaten Heinis. Und, ja, es ist sicher noch verpackt. Es ist erst bei der Version 0.6. 1.6 oder sowas. Hinten haben wir Oddmail. Oh, was war das? Was war das? Die Sonne ist schon auf. Nice, nice, nice. Die Meldung nervt mich mit dem Job Wood. Ach ja, und was ich noch zeigen will, wie er mit der Axt schlägt. Gar nicht. Man kann es bei Zombies mitkillen und so. Aber schlagen will er nicht. Was ist das denn im Wasser? Auf jeden Fall, wie viele Spieler sind hier auf mindestens 32 Spieler online? Da will ich jetzt Elektro oder Cerno einen Sniper umachsen und dem sein Gear klauen. Das wäre schon mal ganz witzig als Anfang. Alter, das Wasser. Wolken, sieht man gerade Wolken? Nee, leider nicht. Oh doch, dein. Aber. Ich sehe nicht so, ist da ein Leuchtturm? Ist ein Leuchtturm? Wann ist es auf Scarlis, die Island? Ein Leuchtturm? Hab ich nicht gewusst. Ich frag den einfach, wo der gestorben ist. Ich stelle mal schnell auf. Ireckt. Oh scheiße, hab ich eigentlich nur Unglück. Was, fährst du da an das Auto gegen eine Wand? Nein, ich bin gerade mal wieder voll gerammt. Aber es funktioniert noch. Nicht mehr lange. Ja, nicht mehr lange. Ich bin sicher, es dauert nicht mehr lange und ich sehe einen Spieler. Wifi sind drin, ich bin auf Platz 33 und habe schon 5 Zombies tot. Da gibt es sicher noch mehr. Vielleicht ein Zombie gekillt haben. Das wäre, wie hieß die Stadt? Was ist denn los? Ich laufe mal wieder weiter oben. Ich habe Lust hier, auch so einem Wanderer zu begegnen. Weil man so langsam ist. Also man kann so sprinten. Ja, genau das meine ich. Ich bin vorhin gesprintet am Anfang vom Video. Und ich habe keine Ahnung, ob sich das auflädt, weil ich kann eine Ewigkeit nicht mehr sprinten jetzt. Das war es gerade die ganze Zeit mit Shift. Aber nichts passiert. Oh mein Gott, da ist es. Oh Gott, ich sehe es. Oh Gott, endlich. Mein Auto. Mein Auto. Ah, du bist Starry. Du bist Starry jetzt, oder? Ja, vor Starry. Endlich. Auto, mein Auto. Lass jetzt einfach den ORZ da drüben stehen. Da ist ein BG. Das war kein BG, aber es ist genau. Boah, ich schlage einfach die Tür ein. Zombie, hier, hier bin ich. Zombie. Die stirbt doch endlich. Boah, die sterben aber echt geil. Kann man echt sagen. Komm, komm her. Hier, hier. Komm, Schätzchen. Boah, lol. Oh, die Zombie sterben echt cool. Boah, meine PDW ist weggepackt. Die ist nicht mehr im Rucksack. Ach, scheiße. Ich glaube, in der Standalone kann man auf jeden Fall in das Haushalt. Oh, das war ein geiler Jump. Oh, hier noch nicht. Schade. Nein. Jetzt noch mal so springen. BAM. Wo ist das? Wie der Zombie stirbt. Oh, scheiße. Ja, komm. Oh, Gott, oh Gott. Ich habe keine Bandages mehr. Das ist jetzt ein Problem. Die einzige, die man am Anfang hat schon verwendet. Ach, und am Anfang, das ist echt dämlich noch. Ist das Gear. Das Inventar auf I gelegt, wie es normalerweise so ist. Eben auf G sind dann Granaten. Und als Daisy Veteran drücke ich eben immer Gear. Das wäre echt dämlich, weil ich habe hier jetzt als Granate. Oh, oder? Äh, wo ist es? Wo ist es? Oh, habe ich verloren. War ein Chemlight. Und die habe ich erstmal rumgeschmissen. Wenn das auf Granatenplatz läuft. Bin jetzt alleine, oder? Scheiße, er hat mich blutig geschlagen. Und ich habe keine Bandage. Bitte, bitte, bitte. Lass hier eine Bandage sein. Nein. Das Lack kann ich jetzt auch schnell mitnehmen. Oh, die nimmt der Geil. Hast du eine Bandage? Nein, 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 nein. Ich töte jetzt mal ein paar Zermüsse. Vielleicht haben die noch eine Bandage. Aber ich konnte dem Sankieren, der ist noch nicht umgefallen. Hey, warum haben die alle nichts? Komm, wer redet da in Side-Shit? Eine Bandage, habe eine Bandage, bitte. Alle sterben. Ich will nicht sterben. Oh, jetzt kann ich wieder sprinten. Interessant. Nein, das ist nicht begehbar. Scheiße. Halt. Ich habe mir gar nicht angezeigt, wer in Side-Shit spricht. Nein, ich werde sterben. Mit einer coolen Axt. Vielleicht gehe ich irgendwo sterben, wo es niemand findet, dass ich meine Axt wiederholen kann. Irgendeinen Sniper umzubringen. Nein, aber er verliert langsam Blut. Das ist schon mal interessant zu wissen. Irgendwann haben die alle nichts. Das ist das gewohnte Geräusch aus der Normal-Daisy. Aus der A-X2-Version. Oh, scheiße. Warum muss ich immer meine Autos rumkaufen? Junge. Wir werden fahren. Ja, gestern ist es mir nie passiert. Ist es eine Frau? Heute habe ich irgendwie Pech, Tag. Nein, ich bin ein Mann, stell dir vor. Warum fährst du dann so schlecht? Junge, halt's mal. Ich werde jetzt auch mal rein sagen. Ey, das Haus ist doch begehbar. Was soll denn? Ich warte vorhin in seinem Türen. Ich bin nicht so verbluten. Das ist doch nicht. Ich glaube, ich sterbe dann in einem Lagerhaus. Der App zeigt ja auch kein No Boys in Sight. Oh, Lolli, steht ein Flugzeug rum. Mitten auf der Straße. Ah, sag, wo bist du? Oh, direkt vorm Baum. Ich bin gerade raus aus Dari. Heil. So, was haben wir hier noch geiles? Hier erstmal Butterbottle. Nehme ich natürlich alle mit. Das Inventarsystem stirbt mich noch. Das Rink haben wir schon mal was cool gemacht. Boah, ganz voll weg. Oh, Mille. Ich werde hier sterben. War doch noch mal raus. Ich bin jeweils nicht. Sah so aus aus der Ferne. Neh, ist auch so wie in der Normal DC-Version, dass man auch irgendwann aufbezogen wird. Sehr cool. Oh nein, das steht halt direkt vor dem Baum. Alles ist klar, alles ist grün, ganz vollgetackt und steht direkt vor dem Baum. Komm, komm, komm. Hier ist noch einer. Oh Gott, wie viel sind das? Das ist irgendwie ganz komisch mit der Axt, finde ich. Eine von euch muss da was haben. Bitte. Nein. Oh, ich habe aufgehört. Nein, habe ich doch nicht. Ich hoffe, das Blutzeichen hier. Da kam gerade nichts. Das ist begehbar. Bitte, bitte, bitte. Das ist nur eine Bandage. Krass. Krass. Das ist nur eine Elfmack. Das ist ja auch lustig. Nein, nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Das ist einfach mein Back. Oh. Die Leute gehen einfach durch den Zaun. Jetzt habe ich den Zaun geaxtet. Kann das sein? Ja, nicht. Vielleicht fährt jetzt einer vorbei. Die Benedikt. Irgendwie so ein Zeug. Hört auf, da durch zu gehen. Hat er eine Bandage? Eine Bandage? Ja, und das gibt wirklich ein Auto. Scheiße. Ich renne einfach nach Cirono. Elektro, meine ich. Kamisho, wo waren wir genau? Oh, jetzt, jetzt. Ist das jetzt schon? Dann gehe ich lieber nach dem Haus sterben. Dann den Push hier. Das ist sichtbar? Ja. Glaub schon. Durch die Axt, die wir zum Tool bellt. Ja, hier ist der Tool. Ja. Da denke ich hätte nichts. Und sind wir tot? Nein, sind wir noch nicht. Oh, ich schläpe wieder bei Bewusstsein. Oh, die Wack sieht ja lustig aus. Ich verliere kein Blut mehr. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Oh ja. Das funktioniert gut. Aaron. Ja? Ja? Kommt voll die chillige Musik, wenn du stirbst. Wie sind denn so coole Geigen? Ja, irgendwie so Partymusik. Pff. Ja, du bist gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Pudum, 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 pudum. Irgendwie sowas. Okay. Ja, jetzt muss ich trotzdem warten, bis er dort liegt. Puh, puh, puh. Und wieder rein. Boah, puh. Puh, puh. Alles nur nicht Kamenka. Ouhh, kein Kamenka. Auf die drei Täler habe ich auch keinen Bock. Und ich bin in Alter, wo ist das? Visota Kann ich aufstehen Kann man in Inlandspawn? Geil Ich bin über Tiano, glaub ich Warum läuft mein Charakter einfach Auf damit Was soll das? Lauf mal normal So will ich nicht laufen Jetzt geht's Ah, weil ich C gedrückt hab Okay Das Croucher Da brauche ich nur noch einen Sniper finden Den ich umnähten kann 90 Spielern Das kann gar nicht sein Ich glaube, das ist eh von allen Spielern, die Hier mal drin waren Und ich habe jetzt Platz 90 Ich glaube, ich sehe jemanden auf dem großen Industriegebäude Ja, das könnte anders sein Ja, dann gehe ich da mal hin Ich hatte ja eine Waffe im Backpack Dann mache ich das wie Oh, jetzt aber mal ernsthaft Ich will, ich will, ich will, ich will Direct, so Was? Ja Ich glaube, da steht jemand Oh Scheiße, warum verfahre ich mich immer? Oh Mann! Hoffentlich steht da jemand, der gerade von mir wegschaut. Dann kann ich die nämlich umnieten. Wie viel Uhr? Oh Gott, sieht die Uhr stylisch aus! Alter, zieh dich mal die Uhr rein. Halb 5 kann ja irgendwie nicht sein, oder? Ist das herrlich? Hm. Oh, die Uhr? Also ich würd's was nicht tragen, aber... Naja, hat schon was. Oh, jetzt hab ich's mal auch schon wieder geschrottet. Ich bin grad mit 120 durch die Landschaft und fahr ich voll gegen ein Schild, weil ich nicht abbremsen kann. Dann lenk einfach weg. Oh ja, gute Idee. Ja, das ging nicht wirklich. Ach komm, lass da ein Little Cherno-Sniper sein. Bitte, 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 bitte. Durch dein Auto? Das ist die Musik, ja. Kleiner Cherno-Sniper. Naka 74, 6 Meter. Auf jeden Fall nicht in Cherno. Oh Mann. Kein Bock auf Zombies. Oh, das sind Ärzte, komm, wir fragen sich um Hilfe. Gehen wir mal looten. Das kleine Haus. Hier ist Lack-Uni, nehm ich einfach mal mit. Mann, ich will irgendwie mal reinziehen müssen. Boah, wenn ich mich jetzt schon wieder verfahren hab. Oh Gott, nein, bitte nicht! Lass mich durch! Ich bin Arzt! Ja, ich muss abbiegen, gut. Ja, ich muss abbiegen, gut. Was sind wir hier? Nice. Wenn wir mal mitnehmen, scheiße, der zu einem, ich geh in die Leiter hoch. Ich bin letztlich schon verpfeift. Ansonsten bin ich... hier oben... ein bisschen sicherer. Hier nochmal in den Little Cherno-Sniper gucken. Warte, ich muss unbedingt auftanken. So, und da haben wir schon mal den Zombie weggelockt. Wir können ganz locker... Nein, da kommt noch einer. Oh Gott, 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 Gott. Ganz hin, ja komm. Kleiner Hüpf. Und da sind wir auch... verschwunden. Wow, was hat er jetzt gemacht? Kann ich hinlegen, gedrückt, was ist das? Bandage und die ist... äh... Die Pfeil, das muss ich ins Backpack. Was hab ich hier? Auch ne Bandage. So. Nein, nein, nein. Nein, nein. Fertig von mir fern. Was macht der? LOL, was? Halt er eine Pistole, oh mein Gott. Was für eine? Oh Gott, hier schießt jemand. Richtig lieber im Backpack. Hey, who is shooting in Cherno? Are you friendly? I have no weapon. Hey, you at the red houses, shooting. With a pistol. With a pistol. Oh, das habe ich jetzt gerade gesagt. I'm coming out of a red house. Gott, mein Gott, Fred. Ich karten scheiße englisch. Ne, ist auch egal. Ich will nicht so langlaufen. Naja, antworten tut er nicht. Ich höre ihn. Hey! Where are you? Nanana. So, da haben wir erstmal... ...Harmut-Lurfing. Zieh ich gleich mal an. Nicht die anziehen. Ah! So? Nicht da draufziehen? Hm. Was soll der Balken hier? Ah, okay. Ich habe die jetzt an. Ich will nicht sterben. Wo, ich habe gerade mal anders fliegen gemacht. Der Typ ist abgefahren. Ich glaube der Typ ist abgefahren. Uh, oh Gott, ist das ein DMR! Sniper! Ich will nicht sterben, ich hab doch gesagt, hier ist irgendwo ein Sniper, da gibt es immer Sniper. I'm friendly! Okay. Dreh mir ist was. Vielleicht ist es nicht kommt hier hoch. Was? Was? Geh raus. Verdammt, das ist schon voll mein Deckbecker gerade. Kann ich schon wieder so da am Laufen? Äh, war doch noch mit C. Oh nein, Jan ist tot. Wieso? Jan war doch noch so jung. I'm friendly, I'm friendly, please don't shoot me, lalala. Das war eine DMR, auf jeden Fall war das eine DMR, warum kann ich so einen Nussanlernen haben? Was ist hier? Hier hat jemand schon was gefunden, genau wie ich. Ne man, ich bin wieder schnell laufen können. Uh, geil, ein Zelt. Kann ich das mitnehmen? Ja, kann ich. Passt in meine Schutzweste rein, cool. Ähm. Ja, das ist wenigstens voll. Ah, wegen der Pistole passt da nicht so viel rein. Gut. Den lasse ich aber noch drin. Dass ich Munition hab. Das sind die Pränkeler doch. Lassen Sie mich mal sehen. Die kann ich wegschmeißen. Die kann ich wegschmeißen. Kann ich nehmen. Wir lassen die Pränkeler doch. Da nehm ich natürlich einen Killer mit, den er irgendwie nicht nehmen will, aus welchem Grund auch immer. Will ich jetzt mal nachschauen, ist das ein Messer oder was hier klingelt, keine Ahnung. Ja, was hier klingelt. Ich jetzt mal in der Steuerung, warum ich so lahm bin. So, dem C wird mich interessieren, weil das war's irgendwie. Ehm, meh 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 meh. C, Politpaste. Oh, no! Ach so, jetzt? Junge, warm läuft der Salarm? Jetzt hat er glaube ich aufgehört, war es das?